Reges Treiben herrscht am Pfingstsonntag und Montag in Wildeshausen. Selbstgemachte Seifen wurden angeboten, eigens hergestellter Schmuck, selbstgemachter Honig durfte nicht fehlen. Der Kunst- und Handwerkermarkt der Gilde zog mit einer bunten Mischung an Ausstellern die Besucher in die Wildeshauser Innenstadt. Einige Passanten blieben bei einem Steinmitz stehen, andere sahen einer Korbflechterin bei der Arbeit zu. Auch die selbstkreierten Fackeln von Thomas Lenas kamen beim Publikum gut an. Nur aus dem Märchen Dornröschen kannten die Kinder bisher ein Spinnrad. Tina Hinnekamp zeigte ihnen, wie das altertümlich wirkende Handwerk funktioniert. So war für Alt und Jung etwas dabei.